Hi, ich bin Evelina de Wilde. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Ferkado, einer Green-Tech-Startup, das nachhaltigen Konsum mit KI einfach, billig und attraktiv macht. Hallo, ich bin Ali, 31 Jahre alt und ich komme aus dem Iran. Ich bin Mitgründer und CTO von Ferkado. Unsere Mission ist es, den Wechsel von unserer linearen Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen, die innerhalb von planetarischer Grenze funktioniert. Also Ferkado ist eine Such- und Vergleichsplattform für Secondhand-Shopping, die alle Secondhand-Angebote in einem Ort zusammenbringt, damit du ganz einfach und schnell findest, was du brauchst. wieder drei Tage lang. Untertitelung des ZDF, 2020